Ich soll offiziell einen Mossad-Agenten autorisieren, sich in die Münchner LKA-Abläufe einzumischen? Es ist in eurem eigenen Interesse. Michael Hahn, der ist der Abteilungsleiter, der sich mit islamistischem Terror auseinandersetzt. Sie sind der Minister und Sie haben keinerlei Mittel in der Hand, um diesen Kollegen dazu zu bringen, sein Wissen mit uns zu teilen. Er will ja die Gesellschaft beschützen, er will was Gutes tun. Er sieht eine Bedrohung, da will er halt irgendwie zugreifen können. Das darf er aber nicht. Er möchte natürlich jemanden haben, dem er vertraut und der wiederum ein Auge auf diesen Mossad-Agenten hat. Tu mir den Gefallen und behörde ihn im Auge. Der hat das Gefühl, die dürfen alles und der darf nix. Das ist ein totaler Frust für den. Moral muss man sich immer leisten können. Das ist nicht dein Ernst, Michael.